hallo und guten morgen hier bei den trade wizards mit einem sehr schnellen update ich möchte euch kurz mal ein interessantes ereignis im exo chart zeigen einfach aus dem grund weil ich gerade dieses ereignis gesehen und getradet habe und um vielleicht das weiß auch noch im exo charts frisch ist und deswegen wollte ich euch jetzt mal in den nächsten zwei drei minuten kurz mal ein bisschen exo practice mit geben was ist eigentlich jetzt passiert wir sehen hier den schad bitcoin und zwar wir fangen mal an hier mit einer stunde und wir sehen dass wir nach einem sehr starken abwert aufwärts trend jetzt hier oben bei einem wichtigen interessanten level erst mal zum erliegen gekommen sind also wir sind dann hier sind hier angestiegen gepumpt wieder ein hallo gebildet und dann bis auf 45 500 also 45 1500 dollar gestiegen und dann plötzlich gab es hier eine sehr starke reaktion dass wir sogar ein lower high gebildet haben hier und sind dann hier wieder aber gestiegen mit einem lower high und dann wieder gefallen mit einem hallo und letztendlich haben wir jetzt hier eine range gebildet und die range kann ich hier mal aufzeigen und das einfach vielleicht auch vom verständnis besser zu machen einen moment ich blende mal ein paar levels dann aus und dann sieht man eigentlich ja sehr schön man kann auch hier noch genau und dann sind wir hier in dieser range sieht man ja sehr schön in einen stunden chart und wir haben hier das volumen profil mit einer volume area low und eine volume area high und ein paar golden von pockets entlang dieser range einmal von high bis zum low hier aber auch von diesem letzten higher low bis zum high und dann hier noch mal ein kleines einfach aus dem grund wenn man jetzt schaut das oder vorhatte das nächste lower high zu erwischen weil jetzt die indikatoren auch eher ein ja ein mehr downside anzeigen dann kann man sich natürlich hier auch von dem high zum low schauen okay wo ist das nächste golden pocket schafft bitcoin dieses hier wieder zu zu erobern oder kommen wir die reaktion und bilden ein lower high deswegen ist dieses hier auch mit drin und wir haben hier diesen point of control das vielleicht mal zum verständnis so und was ist jetzt eigentlich passiert wenn wir jetzt in 15 minuten chart dann gehen dann haben wir hier sehen wir es noch mal etwas besser dass wir hier schön in der range gehen von zum high dann haben wir das high rausgenommen sind dann hier zum low dann sind wir wieder zum high und jetzt sind wir direkt am kurz vor dem point of control rejected und es tendiert jetzt eher dann wieder zur volume area low und mir geht es jetzt darum euch mal ein bisschen auch was zum exo zu zeigen wenn man jetzt beispielsweise auch skype möchte und zwar genau an diesem punkt zum einen haben wir hier einen golden pocket zum anderen haben wir hier wenn wir auf diese indikatoren jetzt schauen haben wir hier beim vmc haben wir hier immer seitdem welche oben in dieser range sind haben wir abnehmendes money flow also hier sind wir noch gestiegen und dann sieht man dass es nach und nach ab über jetzt die letzten zwei tage ist die tendenz abnehmend und jetzt sind wir hier gerade in der letzten phase auch gerade richtung null zudem haben wir hier auf den 15 minuten chart eine schöne vierte divergenz hier am formen das war dann hier oben also die hat sich langsam abgezeichnet ja das momentum nimmt ab aber der preis der steigt hier und wenn man jetzt in den kleineren timeframes übergeht in den sechs minuten chart sieht man das auch sehr schön wir haben hier ein anstieg hier zwei red dots und dann fallen wir erst mal kurz in ein anderes golden pocket steigen aber wieder machen einen höheren higher high aber letztendlich mit das momentum stark ab so und das ist genau dann der bereich wo wir dann sagen kann okay wenn man jetzt galt und davor jetzt in der situation ist dass man hier versucht ein short zu erwischen ja wir sehen auch hier noch eine kleine range und genau hier diesen boden haben wir von dieser range dann auch getestet noch mal ich glaube das kommt auch sehr gut hin dass man sagt ja und dann hier in diesem bereich und dann da noch mal das getestet so und jetzt letztendlich gab es dann hier die reaktion und wir haben aktuell schon natürlich nur ein skype das darf man natürlich nicht vergessen aber das das target kann ganz klar sein dass wir die range volume area low jetzt noch mal nehmen natürlich nehme ich immer zwischendurch auch noch mal profits beispielsweise hier direkt über den golden pocket das wäre eine gute aber letztendlich haben wir hier ein move von 2,4 prozent mit einem extrem kleinen stop loss über den letzten weg und das damit haben wir eine sehr schönes gewinn und verlust verhältnis okay und wie sieht das jetzt nur in exo aus also wir haben wir sehen jetzt auf dem vmc dass wir hier leicht eine also disform auf den kleineren zeitformen und dass wir jetzt hier wirklich auch im einstunden modus eigentlich schon sehr gut hier mit red dots versehen sind überall nimmt es ab auch hier der river wird immer kleiner und schmaler und hier gab es dann auch so ein growing up also das konnte man leicht wahrnehmen das ist natürlich noch nicht hundertprozentig sicher aber letztendlich wurde dann der red dot jetzt geformt und auch im vier stunden time frame sieht man auch dass man nach diesen sehr großen anstiegen hier also das will ich jetzt hier nicht alles zeigen aber man sieht hier dass wir jetzt einen sehr starken up move hatte hatten und jetzt diese vier stunden dann immer im überkaufbereich waren und jetzt hier auch mehrere red dots geformt haben auch der money flow abnimmt und das tendiert einfach erstmal hin dass wir zumindest jetzt hier erstmal noch etwas konsolidieren das kann natürlich viel passieren aber das unterstützt natürlich dann einfach die tendenz hier mit einem short auch einen gewinn zu erzielen letztendlich wenn es nur ein skype ist brauchen wir die kleinen timeframes aber einfach um das gesamtbild auch noch vielleicht etwas zuvor besser nachzuvollziehen so so sieht es dann aus jetzt gehen wir mal in exo rein darum geht es ja heute eigentlich und wir haben jetzt diese situation ich habe hier das mein trendreff template was ich sehr oft nutze gerade wenn es um reversals geht und beim skypen und da ist das jetzt nicht dass das hier eine einzelne minutenkerze oder ähnliches ist sondern das geht dann einfach wenn dieses verhältnis zwischen buying und selling bestimmtes verhältnis haben dann ändern sich dann und eine gesamtgröße an volumen haben dann kommt immer eine neue kerze hier dazu und wir sehen hier eigentlich auch sehr schöne wicks die also alle die shadows die dann auch dieses trendreff nochmal signalisieren die gehen dann wirklich bei roten eigentlich der weg sollte bei den beiden roten sein oder wenn wenn es ein up move gibt dann eher bei dem bei dem grünen was dahinter sich verbirgt etc das erkläre ich dann noch mal in anderen video was ich aber sagen möchte ich habe hier das golden pocket man markiert und jetzt kommt der kurs hierher und was jetzt sehr interessant ist was man vielleicht nicht auf den ersten anblick sieht zum einen sieht man hier einen sehr schönen abverkauf und zwar sieht man dann aber auch wenn man reinschaut ich habe jetzt mal die im imbalances hier an sieht man sehr viel imbalances auch sehr viele longs hier in dem moment und dann aber auch sellings hier oben und man sieht ja sehr viele kleinere ordern also hier 0 0 0 0 0 0 0 0 und das denn dir zeigt eigentlich so den ersten indiz dass hier eine limit sell order drin ist genau in dem golden pocket erstens weil wir sehr schnell hier wieder runter gewickt sind durch und zum anderen weil ja einfach kein verkaufsvolumen reinkam und trotzdem wir runter gewickt sind also ist die ist das ein anzeichen dass hier eine limit sell order aktiv war dann schauen wir uns das delta an wir wir kommen runter dann bekommen wir hier noch mal ein volumen rein das delta steigt weiter also das delta volumen das bedeutet dass mehr longs immer noch reingehen wir schaffen es aber trotz des höheren deltas nicht in dieses hoch so wirklich raus zu nehmen nur ganz 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 leicht glaube ich nein schaffen oder ja also vielleicht um vielleicht ein zwei dollar oder so aber nicht wirklich raus zu nehmen und damit sieht man hier schon diese erste wirkliche tip wenn ich jetzt mal hier das als bild mache auch dann kann ich das besser einzeichnen also hier wir haben hier das gleiche top aber hier unten sehen wir ein steigendes delta das zeigt dann okay hier werden longs absorbiert das ist das zweite anzeichen für eine absorption dann sieht man plötzlich dass der kurs wirklich weiter runter geht und ein lower low bildet hier direkt und das zweite anzeichen dass wir aber bei dem delta fast gleich sind also ich glaube es ist gleich wenn man hier einen strich reinlegt und hier einen deutlichen abstieg hat was wieder eine bierdiff ist und oder zumindest seine divergenz anzeigt und zeigt das delta bleibt eigentlich gleich auf dieser stelle aber der preis ist deutlich tiefer was eigentlich noch mal dieses unterstützt dass hier eine große selling order aktiver sprich wenn man jetzt vielleicht vielleicht länger hier ist und dieses golden pocket sich fixiert hat dann hat man die möglichkeit jetzt hier nach dieser kerze rein zu gehen den stop loss hier oben drüber zu nehmen oder ein level vielleicht noch ein bisschen drüber dass man vielleicht eine weg noch überleben kann und dann kann man das als ersten entry machen also dass man direkt dann hier rein geht und die zweite möglichkeit ist natürlich wenn man entweder hier oben sieht dass der preis jetzt steigt und wir haben hier diese div und jetzt geht das delta langsam runter und hier sieht man auch geht jetzt ein negatives delta rein dann könnte man jetzt hier versuchen das nochmal als zu bestätigen oder man wartet ab und versucht dann in diesem bereich eine order zu setzen weil einfach wir hier nochmal dieses zweite indiz hatten dass hier wirklich eine selling order drin ist und die das ganze unterstützt dann hat man natürlich ein höheres risk das muss man dann halt insgesamt sehen wie weit der weg dann auch nach unten ist aber letztendlich von den trade setup würde da genug noch ausreichend auch sein aus meiner sicht und wir sehen dann hier okay ja komm noch mal longs rein aber das delta geht weiter runter und hier sieht man dann an diesen dass wir hier nochmal sehr schön dass jetzt nicht viel weiter longs rein kommen und das open interest auch gleich bleibt und letztendlich hier auch nochmal das indiz hier kommen wieder sellings rein hier nimmt das open interest sehr stark ab ich glaube wir schließen auch einige longs das wäre so das zeichen dass man hier relativ schnell noch einen zweiten entry bekommen kann das risiko also das risk verhältnis ist natürlich dann deutlich größer man hat aber hier nochmal so einen kleineren ja man hat ja natürlich aber mehrere indizien hier und das muss man dann wenn man relativ schnell ist kann man sich dann hier nochmal sag ich mal diesen short dann ja eröffnen das nur als ganz kurzes update und wer mehr erfahren möchte zu exo charts der kann unsere videos auch anschauen wir haben auch eine discord community den link findet ihr unter dem video kommt uns da gerne mal besuchen da können wir uns gerne auch über solche thematiken austauschen über order flow volumen trading und so weiter und andernfalls abonniert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst unterstützt uns lasst ein kommentar da oder ein like damit würdet ihr uns helfen und dann sehen wir uns bis zum nächsten video macht's gut und 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 und